Sie ist verschlossen. Bevanzaarva. John O'Connor zertrümmer die Scheide. John O'Connor tört das Läge. Wieso ich, John Biputé? John Biputé. Weil sie vielleicht an einem Springsatz angeschlossen ist. Ah, deswegen. Ich bin von einem Robbano-Servan-Benne. Erstem. Buckaroo? Mrs. Johnson, das ist Casper und Scooter-Lindy. Ist die Peter Sancho da? Wo ist der Professor und wo ist Penny? Der Professor hat im Labor mit dem Alpha-Leser. Und die ist im Gäste zu machen. Es sieht alles gut. Es sind Elektroiden, Buckaroo. Vom Planet C. Die zehn Royalisten haben. Zeugen Sie jetzt alle auf der gelben Platte. Hallo, Casper, Lindy. Hast du eine gelbe Platte? Eins ist klar. Sie sind nicht in einen Non-Stop-Flug hierher gekommen. Sie schränkten durch die erste Dimension. 1939. Und nun glaube ich es mir. Wo sie einen großen, elektrodimensionalen Uffern hat. Irgendeine riesige Explosion. Und sie hypnotisiert durch Außenwörz, damit es vertuscht. Deswegen sagt er zuerst, es würde eine Invasion vom Mars stattfinden. Und dann sagt er, nein, das wäre alles nur ein Scherz für seine Radiosendung. Verstanden? Nein. Gehen wir. Orson, was ist mit Giorgio deinem? Was ist mit Dr. Lissado? Versuchen wir die Ereizeit? Es lebt jemand in ihm drin. Oh, hallo. Hier sind die alle auf. Da sind noch mehr im Kasten und einer ist da drüben. Was ist das? Das kam mit der Platte, das ist so ein 3D-Ding. Woher soll ich denn wissen, dass er auch im Weltraum kommt? Dieser Rastertyp ist zum Haupttor geraden und hat alles in einer rosa Tortenschachtel abgegeben. Warum, wozu? Das wissen wir nicht, der Mann spricht nicht mit uns. Er wollte nur mit Vater, dem Oberguru reden. Licht aus. Ich bin John M. Dahl von Planeten 10. Eine gemeinsame große Gefahr konfrontiert unsere beiden Welten. Ich bin John M. Dahl von Planeten 10. Ich bin John M. Dahl von Planeten 10. In die Nation. Hast du Penny gesagt, dass Baccaroums es auch? Ich habe in ihr Zimmer geguckt. Sie war nicht da? Hey, Petr? Was ist sie dann? Könntet ihr jetzt bitte mal still sein? Ich würde ganz gerne den Rest hören. Heute hast du Baccarouban-Zay ohne es zu wissen, also auch ohne Schuld. John Wolfinger mit dem Erfolg deines Alpha-Lasers, er wird versuchen, dem Alpha-Laser zu stehlen. Er wird es versucheln. Unser Geheimdienst hat uns gewarnt. Und wenn er das tut, werden wir keine andere Wahl haben, als wäre das elektronische Kommunikationsnetz zu zerstören und eine Partikelstrahlenwaffe von eurem Luftraum aus abzufeuern, und zwar auf Smolensk, in der Union der Sozialistischen Soziierten. Diese Akzent, die die Krämmel mit Sicherheit, als eine amerikanische Erstschlag, wo wir sieben. Dann schießen wir die Schuss-Frage-Belle mit den Schuss-Frage-Belle. Und zwar auf die Schuss-Frage-Belle, wenn ihr die Schuss-Frage-Belle mit dem Schuss-Frage-Belle mit dem Schuss-Frage-Belle. Also wir haben das, dass wir die Schuss-Frage-Belle mit dem Schuss-Frage-Belle mit dem Schuss-Frage-Belle mit dem Schuss-Frage-Belle. Der Ende der Diskussion. Was denn für eine Diskussion? Wie ist das eine Diskussion? Es sollte wohl ein Witz?